Großes Osterkonzert im Bürgerhaus Reiskirchen. Vor ausverkauftem Haus spielten am Ostersonntag drei Musikgruppen des Reiskirchener Musikvereins auf. Ihr Können unter Beweis stellten beim 43. Osterkonzert der Spielmannszug unter Leitung von Tanja Müller-Schlösser, das Regio Kinderorchester unter Leitung von Hubert Ort sowie das Große Blasorchester unter Leitung von Ottmar Scheldt. Die Zuhörer konnten sich über die ganze Bandbreite der Blasmusik freuen, die von den Formationen gekonnt dargeboten wurden. In der ersten Hälfte des Konzerts hatten Spielmannszug und Regio Kinderorchester bei ihren Auftritten unter anderem mal einen klassischen Marsch, mal Filmmusik oder ein amerikanisches Trinklied im Gepäck. Oder, wie es das Regio Kinderorchester tat, wurden die kalifornischen Strände auf den Spuren der Beach Boys musikalisch bereist mit einer eigenen Interpretation von I Get Around. In der zweiten Hälfte begeisterte das Große Blasorchester die Besucher des Osterkonzerts mit seinem abwechslungsreichen Repertoire. Mit Ausschnitten aus klassischen Werken, Filmmusik, Walzern, Polkas und schließlich sogar Samba-Musik ernteten die Musiker wahre Begeisterungsstürme. Erst nach zwei Zugaben ließen die Zuhörer das Blasorchester von der Bühne. Applaus 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 Applaus